Heute möchte ich dir mal einen weiteren Eindruck mit dem Auf dem Weg geben. Einfach, weil viele sich einfach nur sagen, sie machen alles. Sie machen wirklich alles, aber im Grunde genommen nichts richtig. Und genau da liegt quasi das große Problem, weil umso mehr du machst, umso eher läufst du Gefahr, alles falsch zu machen. Und deswegen solltest du mal jetzt darüber nachdenken, in welchem Bereich möchtest du groß werden. Welcher Bereich spricht dich wirklich so sehr an, dass du sagst, das ist etwas, da kann ich Tag ein, Tag aus mit alt werden, im Grunde genommen. Und so solltest du das grundsätzlich auch sehen und strukturieren, einfach mit dem Hintergrund, weil du weißt, du kannst nicht gleichzeitig auf zehn Hochzeiten tanzen. Selbst wenn du es möchtest, keiner wird dir das abnehmen. Und jemand, der das jetzt, was ich dir jetzt erzähle, schon verstanden hat, der wird sich von dir abwenden. Einfach mit dem Hintergrund, weil ihn das überhaupt nicht interessiert. Und jemand, der sich auf einen Bereich fokussiert, egal ob es im beruflichen ist oder in einer freizeitlichen Aktivität, der wird zu dir sagen, super, vor allem du wirst auch viel tiefere Einblicke da genießen, als wenn du jeden Tag zehn Stunden das machst und fünf Stunden das. Es bringt dir nichts. Einfach, wie ich es dir schon jetzt geklärt habe, weil das nicht glaubwürdig rüberkommt. Und diese Glaubwürdigkeit kommt nur daher, weil du etwas fokussierst und vertieft machst. Also, mach dir das wirklich bewusst, denke an diese Worte und ich wünsche mir, dass du da was draus mitnimmst. Und spätestens, wenn du das gemacht hast, weißt du auch, warum es so wichtig ist. Denke daran und bis dann.